Böhm! Ganzes Leben! Test 1, Test 1, Action! 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 Dein Gesicht, mein Gesicht Hey Friends! Willkommen zum nächsten Vlog. Das nennen wir heute Vlog Spezial. Markus, war mir an der Seite. Wie versprochen, haben wir gesagt, Am 4. Oktober kommt ein Vlog Spezial raus und da erklären wir euch, was jetzt Ambache ist. Ab dem 3.11. gibt es Daily Vlogs. Der Markus, ich und eine nette Dame, wir werden ein Roadtrip machen in Deutschland. Wir werden uns drei Städte ausruhen. Wir haben uns schon drei Städte ausgesucht. Das ist einmal Hamburg, Berlin und München. Und dazu haben wir natürlich, weil wir halt kleine Füchse sind, haben wir ein Logo erstellt. Extra nur für diesen Vlog Spezial. Und das präsentieren wir euch jetzt mit einem Lockenknall. Das ist unser Logo. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, oder? Ja, Mann. Auch mit dem Auto hier unten. Cooles Auto, aber das werden wir natürlich nicht fahren, ne? Nein, das werden wir natürlich nicht fahren. So viel Geld haben wir leider nicht. Leider lässt uns YouTube noch keine Werbung schalten. Das werde ich. So. Ja, wie gesagt, wie das jetzt genau abläuft, das erklärt euch ein bisschen der Markus. Markus, du kannst gerne loslegen, wenn du willst. Jetzt habe ich dich voll ins Eis kalt. Und Wasser eingeschmissen? You done fucked it up! In München und, äh... Das würde ich nicht so machen. Ne? Nein, weil du hast es auch falsch gesagt. Okay. Warum? Ist doch am vierten Traum los, ne? Unser Rezept sind zwei Tage Hamburg, drei Tage Berlin und zwei Tage München. Genau. Das heißt, die drei Städte wollen wir besuchen. Ich kann, wir können euch mal kurz mal eben hier die Karte aufzeigen, damit ihr ungefähr so einen Blick habt, wie das aussehen könnte mit, äh, also unseren Steps. Äh, Hotels haben wir soweit auch schon gebucht. Ja, der Fokus natürlich ist, dass wir zusammen gemeinsam alle einen Urlaub machen. Dadurch die Situation, was dieses Jahr passiert ist mit uns allen, natürlich sind wir nicht die Einzigen, aber mit uns allen, äh, haben wir uns jetzt überlegt, was können wir das, wie können wir jetzt das Beste daraus machen. Und da ich das halt bei meiner Familie gesehen habe oder bei meiner Schwester, dass sie auch diesen Roadtrip gemacht hat, komplett Deutschland, natürlich die ganze zehn Tage, Props gehen an dich raus, Schwester. Die Idee habe ich von dir natürlich geklaut und Fokus natürlich, wie gesagt, ist Urlaub, aber auch Essen, Restaurants besuchen. Wir haben auch schon zwei, drei Restaurants auch schon gebucht. Wir werden auf jeden Fall einmal Henster Henster besuchen gehen, dann werden wir einmal in Berlin, äh, Duck besuchen gehen, auch im Fernseherkoch, runter Fernseherkoch. Wir haben auch sehr viele so Streetfood-Sachen herausgefunden, in Berlin beispielsweise. Und falls ihr Ideen habt, Berlin, Hamburg und München, restaurantmäßig oder eng, einfach in den Kommentaren reinschreiben, wir werden uns die Kommentare durchlesen, wenn ihr Ideen habt und natürlich werden wir die dann auch umsetzen. Und natürlich ist es auch wieder mit YouTube verbunden und da wollen wir gucken, ob wir es schaffen, wirklich Daily-Docs zu machen. Also es wird dann ab dem 2. bis zum 8.11. Daily-Docs geben, jeden Tag ab 20 Uhr auf YouTube. Und ich versuche mein Bestes, dass die Videos dann wirklich guten Content haben, dass ihr dann auch Lust habt, die Videos euch anzuschauen. Wenn wir schon mal dabei sind, vergisst das Abonnieren nicht, Liken nicht und die Glocke aktivieren und nicht vergessen. Immer ganz wichtig. Wie gesagt, das ist ab dem 2.11. bis dahin wird es jeden Sonntag normale Vlogs noch geben und dann ab dem 2.11. Daily-Docs für eine Woche. Wie gesagt, eine Woche, mehr nicht. Ich denke mal, nur kurz zur Info, wir sind ja in drei verschiedenen Städten, also Hamburg, Berlin, München. Wer Zeit hat, will Lust hat, kann uns gerne mal schreiben, dann können wir uns gerne natürlich irgendwo treffen, in einer Bar oder was essen. Wie gesagt, dazu sind wir offen. Schreibt uns per Mail oder kommentiert den Beitrag hier in YouTube, Blog. Einfach unter den Kommentaren, schreibt was ihr wollt, ob ihr Restaurants habt, Locations habt, Treffen, alles drum und dran, wir werden uns das durchlesen. Mal sehen wir uns wieder nächsten Sonntag, beim nächsten Vlog, vielleicht macht Markus wieder mal einen Vlog, mal schauen, mal gucken. So, ansonsten, wenn ich das nicht mache, da oben sind andere Vlogs, einfach mal anklicken. Stimmt, bei der Infokarte, aber ich muss jetzt nur gucken, dass ich das jetzt nicht falsch mache. Die Infokarte kommt, glaube ich, da. Nicht da? Nein, die kommt hier. Na gut, wenn wir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall gibt es den Pokarten, alles klar, das war's von uns, Markus, Marcello, die nette Dame, die wird auch dabei sein. Spiele raus, raus da rein. Ja, raus da rein und hör mal, kannst du noch den Tisch abräumen? Nee. Was, Bruder? Ja doch, du brauchst schon, du brauchst mal wenigstens helfen. Nee. In 8 Minuten. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020